Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Sky Island und ich muss die Sounds nochmal ganz schnell runterstellen, die habe ich nämlich mal wieder und ja ich fail natürlich gleich am Anfang wieder, ich mache die einfach mal auf 40%. So, wer sich wundert, warum ich jetzt kein Inventar habe, das ist nicht, weil ich gestorben bin, sonst hätte ich keine 18 Level, sondern einfach nur, weil ich versucht habe einen Server aufzusetzen, das mir auch gelungen ist, aber wir wollten zu Getter aufnehmen, also ich wollte mal hier ein paar Gäste reinholen, aber es hat da nicht geklappt. Ich habe jetzt seit knapp zwei Wochen, versuche ich, mit ein paar anderen Leuten aufzunehmen, die haben immer keine Zeit, wir haben einfach keinen gemeinsamen Aufnahmetermin gefunden und deswegen, jetzt wird höchste Zeit, es ist der 6.6., am 7.6. seht ihr das hier und ja deswegen musste ich jetzt mal langsam ein bisschen was aufnehmen hier, so in der Richtung. Und die Musik mache ich jetzt doch mal ein bisschen leiser dann noch, weil mir das einfach ein bisschen zu laut ist und ich hole mir jetzt mal meine Zeug hier wieder raus. Haben wir ja auch noch Steinspitzhacken, ja hier, gut, dann hole ich mir das Zeug erstmal, Schaufel, Holz, ja das ist jetzt halt wieder die Einsortierterphase. Ich kann nochmal zeigen, was ich alles gefischt habe, hier liegt ein Großteil drin, also 16 Lachs, 52 Fisch, wir haben es ja in der letzten Folge schon gesehen, dann hier das verzauberte Buch mit Schutz und Schärfer, finde ich sehr cool. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen, ja Leder, finde ich auch cool eigentlich, aber sonst haben wir eigentlich gar nicht so viel gefangen. Ja, eher so Kleinigkeiten dann noch und ich würde sagen, ich muss mich erstmal ein bisschen einrichten. Ich habe aber noch eine Schaufel, aber die brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Okay. Dann, äh, schon wieder ein Fail, weil ich wollte mich doch hochbauen und mal gucken, was da da so oben los ist. Wir müssen dann noch die Monsterpfeile fertigstellen und dazu müssen wir jetzt erstmal eine ganze Menge Holz farmen. Und ja, die letzte Aufnahme ist schon wieder eine Weile her, am 20.05. war die, ich weiß jetzt gar nicht, das müssten jetzt schon, was sieben sind, ja das sind schon über zwei Wochen jetzt, auf jeden Fall. Also, ganz schön lange. Und ich habe eigentlich gleich da im Anschluss, äh, versucht, mit den anderen Leuten aufzunehmen. Also, irgendwie um 25.05 Uhr, so war dann der erste Termin. Und dann wird es immer, 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 immer wieder verschoben. Und, oh, haben wir aber Glück. Ähm, ja, dann wird es immer wieder verschoben und das ist halt mega ärgerlich. Weil, man hat es ja immer drauf eingestellt, dass man aufnimmt, dann ging es doch nicht, immer wieder. Das war bestimmt vier, fünf Mal so. Und ich fand es dann natürlich übelst scheiße. Kann man sich ja vorstellen. Ähm, ja, deswegen. Hm. War nicht so geil dann im Endeffekt. Ja, so müssen wir halt wieder alleine weitermachen. Ich kriege das schon irgendwie gestemmt. Ähm, man nimmt jetzt die Spitzhacke, ich weiß es nicht. Weil das Projekt muss ja jetzt auch langsamer zu Ende gehen. Wir sind jetzt hier schon in der 17. Folge. Und es kann ja jetzt nicht ewig so weitergehen hier mit dem Projekt. Also, irgendwann ist ja dann sicherlich auch mal Schluss, ne. Ja, ewig geht das ja jetzt hier nicht weiter. Könnt ihr vergessen. Ich hatte auch noch, äh, andere Projekte geplant danach. Auch Minecraft-Projekte noch. Also, bleibt auf jeden Fall gespannt. Es kommt danach noch was. Ähm, es ist halt nochmal so, ich möchte die nicht allzu weit über die 20-Folgen-Grenze machen, diese Projekte. Weil es soll halt immer noch genug Abwechslung drin sein. Und ich wollte zwischendurch eigentlich auch nochmal ein anderes Spiel zocken. Bevor ich dann das nächste Minecraft-Projekt starte. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz hier meine Hand abwischen. So. Ich nehme hier immer irgendwelche Spitzhacken und Schwerter, um das abzubauen. Keine Ahnung. Ja, dann schauen wir mal, wie lange das Projekt noch geht. Ich möchte auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, Eis nicht mal zu ewig halten. Und so weiter. So. Na gut, dann würde ich sagen, äh, jetzt nehme ich immer die Spitzhacken, ey. Ich tue das jetzt mal raus, ja. Ja, da haben wir Holz drin. Das ist halt immer mega nervig mit den großen Bäumen hier. Kannst du vergessen, dass du da irgendwann mal fertig wirst, eventuell. Dazu riecht schon lange abgefahren. Ist da noch ein Holzstück drin oder was? Ja, natürlich. Warum mal nicht? Hier auch noch. Alter, wie viel Holz ist hier drin? Wächst das hier irgendwie nach? Können wir mal fast denken, ey. So, da wurde im Hintergrund gerade wieder rumgebrüllt bei mir. Ich kann mich noch erinnern, damals, wo ich das so übertönen musste. Das ist für mich schon nur eine Ewigkeit her. Aber in Wirklichkeit sind es natürlich erst ein paar Folgen, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, so, dann Ditte nochmal weg. Okay. Haben wir mal ganz schön viel gepflanzt. Ich hoffe mal, das reicht. Ja, sollte eigentlich. So, nächste Axt. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, schon mehr so ein Mega-Baum. Komm, den lass ich jetzt mal. Den können wir dann später noch mitnehmen, weil ich will euch jetzt hier nicht langweilen oder so. Na komm, ich nehme den mit. Ach, wie ein Scheiß-Bug, ja. So, hier noch irgendwas. Ja, dann will ich ja mal gucken. Zur Eisenform wird es hier wahrscheinlich nicht mehr kommen. Die könnte man es nämlich theoretisch auch bauen mit so Eisengolem-Dings. Aber, ähm, das wäre zu viel Aufwand hier für die Welt. Das mache ich natürlich dann nicht. So, nahrungstechnisch geht es auf jeden Fall schon mal. Mit Melonen sind wir eigentlich ganz gut bedient zur Zeit. So, ach, da ist gerade ein Kaktus irgendwie. Ach, ne, lebt noch daneben, okay. Oh. Ähm, zack, zack, zack. Dann können wir hier eigentlich direkt daneben immer ein Blatt trampeln. So. Achso, und hier natürlich auch noch hinsetzen. Okay. Mann, 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 Mann. Ach, darauf habe ich keinen Bock jetzt. Oh, ich mache es trotzdem. Komm, ne. Ich lasse den Baum einfach mal weiter. Ich habe jetzt keinen Bock mehr da drauf. Ich möchte diese Folge auch noch ein bisschen was Produktives machen. und achso, Weizen sollte ich noch abernten. So. Melönchen noch. Und dann hier diesen Kackstift weg. Ne, warte mal. Bevor ich jetzt wieder irgendeine Scheiße mache. Ich glaube, den Kackstift nehme ich dann, um mich runterzubauen, damit ich nicht hier wieder einen halben Satz oder so kriege nur. Und da würde ich doch fast sagen, dass wir uns hier zack, zack, wieder so hochbauen. Das ist nämlich viel, viel besser. Und ich hätte eigentlich, ach, ich bin auch im Vollfasten wieder. Ich hätte eigentlich schon mal nachpflanzen können, aber na, siehst du ja, ich habe nichts gemacht. Ich hoffe einfach jetzt mal, dass es reicht. Und zur Notformate unten noch einen Baum, wo bestimmt noch 3 Milliarden Holzblöcke drin sind. Äh, zack, 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 zack. Gut, dann geht's jetzt ja endlich mal weiter. Unsere Welt ist auf jeden Fall schon sehr gewachsen, muss ich schon sagen, wenn man sich das mal da unten anguckt. Also da ist schon einiges passiert. Ja. Und oben drauf müssen dann, glaube ich, auch Half Slabs. Na genau. Genau. So, jetzt hat man wahrscheinlich wieder ein bisschen das Mausklicken, das ist mir aber jetzt mal relativ egal. So. Und, na, ich denke mal, das Holz wird reichen. So, wir brauchen ja eigentlich nur 2 hoch, weil Endermen würden sich dann, glaube ich, eh wegteleportieren. Ah, jetzt nochmal das Ganze hier. Hätte ich eigentlich auch gleich 2 reinmachen können, also 2 hoch. So, mal sehen, wie viel ich jetzt noch aufnehme. Ich weiß noch nicht genau. Ähm, ich werde es jetzt auf jeden Fall nicht mal fortführen, dass ich immer nur eine Folge am Stück aufnehme, jeden Tag. Sondern ich werde jetzt wirklich das so machen, dass ich, äh, wieder Sessions mache. So wie beim normalen Minecraft-Desplayer halt auch. Und ich hoffe mal, es werden nicht mal allzu viele lange Sessions werden. Und. Ach so, stimmt ja. Das müssen ja Slabs werden. Ich hab's vorhin noch gesagt. Damit wir oben drauf nichts spawnen. Na super. Jetzt müsst ihr jetzt alles nochmal abreißen. Ähm. Ja, das können wir dann auch mal ein bisschen beschleunigen. So, da bin ich wieder. Hab ich jetzt mal, äh, vierfache Geschwindigkeit reingehauen. Einfach damit's ein bisschen schneller geht. Es wird dann ein bisschen aufwendiger zum Bearbeiten, aber lohnt's auf jeden Fall. So, wenn wir das mit Slabs machen, verbrauchen wir nämlich auch gleichzeitig nicht allzu viel Holz. Und das könnte ich jetzt eigentlich auch nochmal beschleunigen. Ja, komm, das mach ich einfach mal. Okay. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dann machen wir auf jeden Fall hier endlich unsere Mob-Polle fertig. Und ich würde sagen, zum 10. Teil des Nahr. Tschüss.